Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Du hast es sicherlich schon gemerkt, der Herbst ist da, die Tage werden kürzer, es wird kälter, ein bisschen dunkler. Dies, das, jenes welches. Andere Themen möchte ich gar nicht erst ansprechen, obwohl das vielleicht mal zwischen den Zeilen durchrutschen könnte. Das heißt, ich möchte mit dir heute hier über ein paar richtig gute Herbstlüfte sprechen, meiner Meinung nach zumindest. Dabei ist alles dabei von, oder teuer, ja ich sag mal ein bisschen teurer, günstig, Mittelmaß, Nische, Designer, dies, das, welches. Alles ein bisschen mit dabei, für jeden Geschmack, hoffentlich auch. Deswegen würde ich sagen, starten wir ins Video rein. Ich versuche mich bei jedem Duft relativ kurz zu halten, nicht in so ausführliche Beschreibungen abzuschweifen, wie mir das manchmal passiert. Mal gucken, ob es mir gelingt. Deswegen würde ich sagen, starten wir einmal in das Video rein. Und zwar hier mit dem ersten Duft Armani Code Gold Absolu, also hier tatsächlich den Absolu zu erkennen an dem komplett goldenen Flakon. Nicht noch irgendwo mit einem schwarzen Absatz oder einer schwarzen Kappe oder irgendwas dergleichen. Nein, den komplett goldenen Flakon zu erkennen im Geruch an. Ich sprühe den einmal, ich trage den relativ selten, um ehrlich zu sein. Aber der kommt richtig, richtig gut an. Jedes Mal, wenn ich den getragen habe, habe ich irgendeine Art von positiven Feedback für diesen Duft bekommen, von dem wir das auf jeden Fall mal merken. Die bekannte Armani Code DNA, dazu ein bisschen diese Ledernote noch mehr herausgearbeitet. Ein leicht frisches, na fruchtiges Opening, würde ich nicht sagen, aber wir haben hier auf jeden Fall Mandarine drin und eine gewisse Frische im Opening drin. Und dann geht er immer mehr an eine süße DNA über, wie schon gesagt, immer diese klassische uns bekannte Armani Code DNA, die mit dabei ist. Leder ein bisschen mehr herausgearbeitet. Und eine leichte, ganz ganz leichte Fruchtigkeit, die ich mir nicht erklären kann, woher sie genau kommt, aber sie ist ja definitiv mit dabei. Das ist alles in einer sehr schönen Komposition festgehalten. Den wirkt relativ synthetisch auf mich, das möchte ich dir einmal gesagt haben. Aber das ist auch hier nicht schlimm, denn es ist einer dieser Duftvertreter, Kandidaten, die sich nicht viel daraus machen, synthetisch zu sein, sondern das irgendwo stolz nach draußen tragen und sagen, komm, es ist halt so, entweder dir gefällt es oder nicht. Und es kommt tatsächlich recht gut an dort draußen. Wirkt seriös, wirkt erwachsen mit der nötigen Art an, wie ich schon sagte, Süße und ein bisschen auch Verführung. Von dem her, toller Duft, hält ordentlich, projiziert ganz ordentlich. Von dem her kann ich ihn dir bedenkenlos empfehlen, zumindest mal zu probieren. Armani Code Gold Absolue. Das ist also der erste hier für heute. Dann möchte ich dir zeigen, komm, nehmen wir einfach den hier aus dem Hause Gucci. Und zwar den Intense Oud. Und hier habe ich mir vorhin überlegt, im Grunde genommen kann man den für jeden Kenner da draußen entspannt umschreiben mit dem, und das möchte ich wirklich in Anführungszeichen setzen und nicht zu ernst verstanden wissen, Ombre Nomad Light. Denn er hat schon so in den Grundzügen, ich möchte es betonen, in den Grundzügen eine gewisse Ähnlichkeit zum Ombre Nomad. Und das Ganze viel leichter, viel verträglicher, nicht zu dick, nicht zu schwer, nicht jedes Kapitel bis zum Ende rausgehauen, wenn man das so sagen möchte, sondern massenverträglich, leicht zu mögen, leicht das Potenzial zu haben, dir Komplimente zu bringen. Du hast hier Himbeere drinne, du hast Oud drin, du hast, ja, logischerweise noch gewisse andere holzige Facetten mit drin. Eine leichte Erdigkeit möchte ich hier mit rausbekommen, doch durchaus. Und einen ganz, ganz leichten, würzigen Charakter, um so, ja, die Rahmen abzustecken und, ja, noch ein Stück weit eine Vielfältigkeit in diesen Duft mit hereinzubringen. Ganz, ganz toller Duft, funktioniert im Grunde genommen immer und überall, aber speziell im Herbst sehe ich hier seine Sternenstunden an den etwas kälteren, tristeren, trüberen Tagen. Finde ich, kommt er richtig gut und, ja, zieht dich einfach durch seine schöne himbeerige Note nicht nach unten, sondern bringt dich ordentlich mit Power nach vorn. Von dem her, gerne mal ausprobieren. Man munkelt, er wäre eingestellt, ist aber meiner Meinung nach zumindest noch ganz entspannt, überall zu haben. Das heißt, entweder man hat extreme Lagervorräte, die sich ewig nicht abverkaufen, oder es ist halt das übliche Gesäusel im Wind, man weiß es nicht so genau. Dann halte ich einmal ein Prübchen hier in die Kamera, blende dir den Duft einmal irgendwo ein, wo Platz ist. Und zwar sprechen wir hier von Daniel Rossier Ambre Tabac. Und das ist ein Duft, der schon gewisse Ähnlichkeiten hat, zu zwei Düften, meiner Ansicht nach zumindest. Zum einen, Xerzhovs Naxos, zum anderen Parfums de Mali Ojan. Ich habe auf diesem Kanal, entweder lade ich das Video noch hoch, oder ich habe es bereits hochgeladen, ein Review nur über diesen Duft. Im Grunde genommen ein sehr schöner, orientalischer, süßlicher Duft mit Weihrauch, ambrierte Noten mit Tabak. Ambre Tabak, der Name sagt es dir schon, aber ein ganz weicher, leichter Tabak. Kein trockener, bösartiger Tabak, kein zu sehr verspielter Pfeifentabak oder irgendetwas dergleichen, sondern ein schöner, seriöser, anzunehmender, leicht zu mögender Tabak mit einer wunderschönen Weihrauchnote, einer ganz tollen, süßlichen Verspieltheit unterlegt, orientalische Anklänge. Und diese Bergamot, die am Anfang sehr präsent ist in dieser Duftkomposition, lockert diesen Duft wunderschön auf und balanciert das ganze Thema einfach ganz toll aus. Kurzum, ich möchte dir diesen Duft empfehlen von Daniel Rossier Ambre Tabak. Richtig toll, ich lauere noch so ein bisschen auf ein für mich verträgliches Angebot, um mal diesen Duft zu holen, denn jetzt im Moment möchte ich nicht so viel Geld für Duft ausgeben. Das muss ich an anderer Stelle ein bisschen vorhalten. Man beobachtet ja doch, was draußen in der Welt passiert und da sollte man nicht ganz so blauäugig sein. Trotzdem einmal hier empfohlen, Ambre Tabak für dich. Der nächste Duft aus dem Hause Boucherot, Jaipur Om, und zwar hier das Eau de Parfum. Ein wunderschöner, kreativer Duft, wie ich finde. Ich finde auch hier den Flakant richtig schön gemacht. Wirkt schon sehr orientalisch. Ist er dann letztendlich in seiner Duftkomposition auch. Auf jeden Fall, man merkt, er geht deutlich in die süßorientalische Richtung, hat eine wunderbare Cremigkeit an sich. Also ich habe das nicht offiziell gesehen, dass es irgendwo mit drinnen wäre in diesem Duft, aber ich denke, wir haben hier eine Spur Lavendel dabei. Möchte mich aber nicht ganz festlegen, aber es kommt mir schon so vor. Eine sehr schön gemachte Zimtnote hier mit dabei, die einfach eine ganz tolle Süße bringt. Vanillige Komponenten, ein bisschen Holzigkeit dabei. Und trotz all dieser, ich sag mal, orientalisch süßen Ausschweifungen, bewahrt er sich ein Stück weit etwas von einem Barbershop-Thema, von einem frisch rasiert Thema. Bringt eine ganz leichte Frische mit rein, weswegen ich diesen Duft auch in den Herbst hier reinbringe und nicht in den Winter. In den Winter möchte ich eher so die Sachen reinbringen, die richtig knallen, die schon ein bisschen mehr Power haben. Und deswegen, tolle Herbstluft. Funktioniert auch an anderen Tagen, auch an wärmeren Tagen. Ich habe den auch an heißen Tagen getragen, funktioniert genauso gut. Aber hier im Herbst sehe ich ganz klar seine Sternenstunde, weil er eben dieses süße Aroma mit sich bringt. Und ich finde, das ist wirklich sehr, sehr kreativ, einen Duft zu haben, der auf der einen Seite ein Barbershop-Thema abbildet, eine gewisse Frische hat und dann doch in die Richtung orientalisch süß relativ schwer geht. Mit Muskat, Vanille, holzigen Noten, wie ich schon sagte, Zimt, allem drum und dran. Und dann noch diese aufgesetzte Cremigkeit, die ich auch schon erwähnte. Also ich finde ihn wirklich toll und er ist überraschend günstig zu haben. Zumindest habe ich mir den ja gebraucht, besorgt auf Anraten. Eines von euch da draußen, einem von euch da draußen. Mein Gott, das war jetzt rhetorisch ganz katastrophal. Und ja, deswegen probiere ich den gerne mal aus. Das ist ein schöner, fast schon Geheimtipp, möchte ich sagen. Dann blende ich dir nochmal ein oder halte hier ein Pröbchen in die Kamera und blende dir den Duft dazu ein aus dem Hause Banana Republic Tonka & Tobacco. Umgedreht Tobacco & Tonka, aber du weißt Bescheid. Ein günstiger Duft, der, ich sage es vorab, nicht besonders gut hält, nicht besonders gut projiziert, besonders für sein Duftthema, was er abbildet, nämlich Tonka, Vanillig, Tabak, ein bisschen holzige Noten mit dabei und eine ganz leichte Kokosnuss aufgesetzt. Riecht sehr kreativ, möchte ich sagen, gerade für den günstigen Preis. Das möchte ich immer so ein bisschen mit im Verhältnis gesehen wissen. Warm, verführerisch, durchaus sexy. Ist unisex tragbar, würde ich schon sagen. Ja, es ist einfach dieser No-Brainer für die kälteren Tage, den du drauf haust. Den kannst du mal tragen. Und nach vier, fünf Stunden ist das Thema wieder gegessen. Und dann kannst du dich bis dahin entschieden haben, was du wirklich tragen möchtest. Fast schon böse gesagt. Aber ich möchte ihn ja trotzdem empfehlen, weil ich ihn persönlich sehr, sehr schön, sehr, sehr toll finde. Und für den günstigen Preis kann man da tatsächlich nichts falsch machen. Und da kann ich auch, ja, dieses leichte Minus an Performance durchaus verzeihen. Von dem wir gerne mal ausprobieren. Banana Republic Tobacco & Tonka. Gehen wir weiter zu einem Duft, über den ich nicht viel Worte verlieren müsste, denke ich mal. Desir Toxic von Mikalif. Und ein schöner Duft, der ähnlich wie dieser Freund hier, es versteht, beide Seiten einer Medaille gleichzeitig abzubilden. Nämlich süß und frisch. Dazu haben wir hier noch eine sehr schöne Johannisbeer-Note dabei. Wir haben eine Hanf-Note dabei, die ich persönlich nicht hier als solches wahrnehme. Aber ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Also der gute Wille war da, möchte ich sagen. Kreativer Duft. Ein Duft, mit dem du definitiv nicht so riechst, wie einer unter vielen. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, desir Toxic, den kennen viele. Das ist der wahrscheinlich meistverkaufte Duft von Mikalif. Aber ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, wie viele Menschen da draußen tragen schon Parfum und wie viele von den wenigen dann ausgerechnet denen hier. Richtig, das Risiko ist sehr gering. Von dem her bleibe ich dabei. Kreativer Duft. Du wirst nicht so riechen, wie viele andere auch. Frisch. Hat ein bisschen was von einem Barbershop-Wipe mit drin. Gleichzeitig eine sehr schöne, süße, orientalische Komponente mit drin. Und alles in allem ein sehr, sehr seriöser, ernstzunehmender und noch irgendwo verführerischer Duft. Ganz, ganz toll. Würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen auszuprobieren. Haltbarkeit, Projektion ebenso sehr, sehr ordentlich. Haut mich nicht extrem vom Stuhl, aber es ist definitiv seinen Preis wert. Sagen wir mal so. Dann, ja, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das schwarze Schaf. Fast ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich halte ihn dir einfach hier in die Kamera. Prada Luna Rosa Black. Das ist ein Duft, den ich dir nicht mehr oder weniger freiwillig von mir heraus aus empfehle, sondern weil ich weiß, dass ihn sehr viele Menschen da draußen mögen. Der bringt dir viele Komplimente. Der kommt richtig, richtig gut an. Auch wenn ich persönlich nicht nachvollziehen kann, warum das so ist. Er hat, ja, das gebe ich zu, er hat eben diesen süßen, verführerischen... Ich bin noch ein bisschen verrotzt, deswegen ich rieche nicht allzu viel. Diesen Duft gerade gar nicht mehr. Nicht ganz so wild. Du hast dieses süße, warme, verführerische, seriöse Kleid. Und dazu irgendeine Art von Duftnot. Ich weiß nicht, was es hier genau ist, die diesem Duft eine, ich sag mal, gewollte Unruhe bringt. Du merkst, irgendetwas wirkt hier tatsächlich nicht hundertprozentig stimmig, nicht irgendwie hundertprozentig passend. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist aber so gewollt. Das soll so sein. Und das macht diesen Duft dann doch recht kreativ. Hebt ihn ein Stück weit von der breiten Masse ab, wie ich finde. Trotzdem mag ich ihn persönlich nicht. Aber wenn du etwas suchst für den Herbst, für die kälteren Tage, wenn du ihn als Mann trägst, bekommst du recht viele und gute Komplimente von den Frauen. Wie es umgedreht ist, weiß ich nicht. Kann nur die eine Seite berichten. Von dem her ist es recht günstig zu haben. Hat eine gute Haltbarkeit, gute Projektion. Kann man also gerne mal ausprobieren. Und möchte dir natürlich auch solche Düfte hier empfehlen. Von dem her ist er einmal mit dabei. Dann noch fast schon einen Klassiker. Yves Saint Laurent, Lanoide Lomme, Bleu Electric. Das ist quasi, kann man schon fast sagen, eine Wiederbelebung, eine Auffrischung des Klassikers Lanoide Lomme, der, wie wir wissen, über die Jahre einige Reformulierungen erfahren hat. Und im Zuge dessen etwas von seiner Strahlkraft verloren hat und sehr eingebüßt hat. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, warum den alten wieder ein bisschen aufpeppen, wenn ich doch was ganz Neues bringen kann und damit Geld verdienen kann. Genau das hat man hier gemacht. Funktioniert ganz gut. Gefällt mir auch gut. Dieser Duft hat im Vergleich zum Original ein bisschen was an seiner Süße, an seiner Verführung eingebüßt. Aber nur so ein klein bisschen und bringt dafür etwas mehr Frische in das Thema rein und hebt den Duft so ein Stück weit mehr auf den Zahn der Zeit. Das heißt, man hat die DNA ein bisschen modernisiert. Wobei man auch sagen muss, ist das modern oder modern. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Was wollte ich sagen? Der originale Lanoide Lomme einfach nur ein bisschen frischer, ein bisschen moderner. Und was wichtig ist, mit besserer Haltbarkeit, bessere Projektionen. Ich bitte das hier nicht falsch zu verstehen. Es ist nicht so, dass dieser Duft jetzt über allermaßen gut hält und über allermaßen gut projiziert. Er macht es nur einfach besser als die aktuellen Versionen des Lanoide Lomme. Das möchte ich hier nochmal betonen. Trotzdem ein Komplimentefänger par excellence. Der kommt einfach gut an. Der erfüllt seine Pflicht. Es ist einfach ein toller Duft. Kostet nicht zu viel. Von dem her, probiere mal aus, wenn du auf dieses leicht süßliche, leicht orientalische Thema stehst. Mit viel, viel Kardamom. Und das Ganze eben mit einer leichten Frische durchsetzt im Vergleich zum Original. Dann haut dir den drauf. Besonders, wenn sie darauf ankommt, gutes Feedback zu bekommen von deinem Umfeld. Dann habe ich hier noch aus dem Hause Comme de Garçant den Floriental. Ich finde, der ist ein bisschen wenig beachtet unter den Parfümfreunden da draußen. Kann gar nicht verstehen, warum. Bis auf einen Punkt. Da kann ich es eventuell nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera erkennt. Und dieses Flakardesign ist so furchtbar. Es ist schön anzusehen. Aber du kannst ihn nirgendwo hinstellen. Er fällt dir sofort um. Das heißt, du kannst ihn einfach nur irgendwo hinlegen. Und dann war es das. Ist blöd. Deswegen habe ich mir hier so ein Gestell gebastelt. Ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera erkennen kann. Kann man den einfach reinsetzen. Zack. Und dann steht er auf seinen drei Füßen bei mir im Schränkchen. Sieht scheiße aus. Aber naja, es hält zumindest. Riecht im Grunde genommen. Jetzt um auf den Duft zu kommen. Das ist furchtbar. Die Nase, die ist sowas von zu. Pflaumenlikör. Du hast Zimt drin. Du hast orientalische Noten drin. Und du hast Laptanum drin. Was diesem Duft eine leichte, ich sag mal, ambrierte, schrägstrich, harzige Komponente hinzufügt. Ist ein ganz, ganz toller Duft. Ist nicht stark genug, dass ich ihn dir hier im Winter empfehlen könnte. Ist nicht so sehr der Immogier, dass ich sagen könnte, komm, trage den auch unbeschwert im Sommer. Wobei ich das natürlich auch mache. Das ist ja auch kein Problem. Der vergrault dich nicht zu sehr. Aber hier eben das Thema. Das ist der Duft gemacht für den Herbst. Für die etwas kühleren Tage. Aber da kannst du ihn immer und überall tragen. Dein klassischer, orientalischer, süßlicher, verführerischer Duft. Hier eben mit dem Thema Pflaumenlikör. Und das ist so toll umgesetzt. So kreativ. So außerhalb der Reihe. Einfach top. Von dem her, probiere ich den gerne mal aus. Floriente von Com de Garçant. Wir packen wieder das Gestell drunter. Und stellen ihn hier daneben. Man muss sich halt nur zu helfen wissen heutzutage. Letzter Duft. Ich verliere wenige Worte. Parfums de Marley Herod. Viele sagen Sex in der Flasche. Tabak. Vanille. Osmantus. Tabak habe ich schon gesagt. Und ja, nicht so viel mehr. Noch ein paar orientalische Einschläge ringsum. Ich meine, dass hier eine kleine Ecke Weihrauch mit dabei ist. Und ja, es ist einfach ein toller, verführerischer Parfums de Marley Duft, wie wir es kennen. Könnte ein bisschen bessere Haltbarkeit haben. Könnte ein bisschen bessere Projektion haben. Zumindest so die Batch-Reihe, woraus ich einen habe, ist so ein bisschen am Schwächeln. Man sagt, danach kam noch mal ein bisschen was Stärkeres raus. Aber Du kennst das übliche Spiel mit den Reformulierungen und dem ganzen Quark eben. Es wird halt nicht besser. Da gibt es sicherlich Ausweichmöglichkeiten, die man gehen kann. Mache ich mal ein separates Video drüber. Ich möchte ihn dir trotzdem empfehlen, weil er dir viele, viele Komplimente bringt. Er trotzdem gut hält und gut projiziert. Auch wenn es besser sein könnte. Von dem her für den Herbst einfach ein perfekter Duft aus dem Hause Parfums de Marley. Hier einmal der Herod ganz kurz und knapp für Dich dabei. So, das war's. Ich hoffe, ich habe den Bogen nicht allzu sehr überspannt im Sinne von Videolaufzeit. Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei Dir fürs Zuschauen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.